Jo meine Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute spielen wir auf den Server PlayHiveMC.com Und wir spielen Cowboys and Indians. Was bin ich? Ja, Cowboys. Ich habe keine Ahnung wie das Spiel geht. Ja, ich glaube man muss die Indiana töten. Rassistisch, Schubber. Okay, heute spiele ich mit Deltowars LP. Hallo. Ja, und ich habe noch immer wow. Genau, keine Ahnung wohin ich muss. Ich spiele das gerade zum allerersten Mal. Immer wenn ich diesen Modus spiele, dann nur diesen hier. LOL. Du musst die Goldstiefel töten. Goldstiefel. Ich verfolge ihn gerade. Komm her, du bist geburt. Ja, ja. Nicht böse. Komm her. Oder? Ich frage mich, was das Ziel eigentlich ist. Nee, ich kann den nicht. Oder die Rotstiefel. Nee, ich bin rot. Also, es ist Friedensphase. Ich renne mal lieber weg. Ich glaube, man hat nur ein Leben und das Ziel ist einfach alles zu lösen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe nicht zu viel Mut. Mut! Der Mut hat sich verlassen. Lenden. Sorry. Sorry. Übrigens, ich bin ein bisschen krank und das... das war's. Das war's. Hallo, oder? Äh? Was, wie viele... Es gibt noch ein... Irgendwelche... Irgendwelche... Nein, nein. Irgendwelche Punkte muss man einnehmen, oder sowas. Ich weiß es nicht, ich kapier das Ganze. Der droppt sein Schwert, was für ein Trottel. Ja, da ist eine... Da ist eine Unsichtbar. Shit! Ah, man hat mehrere Leben. Ach so, okay. Schön langsam kapier ich's. Keine Ahnung. Ich glaub, der hat ja einen Hack. Wahnsinnig. What the fuck? BTF? Wie geht das, bitte? Was macht der Trottel? Ah, ich glaub, man muss irgendwie... Ich kapier das ganze Spiel nicht. Alter! Alter, wie behindert. Ah, vielleicht... Ah, Speed in Wien. Ah, ah. Ah, was ist das andere? Was ist das andere? Was ist die... Was ist die... Bei den einen werde ich unsichtbar. Was ist die Perle? Was ist die Perle? Hulk smash. Ah, Fleck hat dann irgendwelche Späste nehmen. Ich hab' ich die kapiert, das Spiel nicht. Ich hab' mir zwar halb die Anleitung durchgelesen. Ja, ja, durchgelesen. Nein, da wurden wir... Das haben wir mal zum ersten Mal spielen wollen. Alter, das ist ja voll gut, das ist ja voll gut, das ist ja... Hey. Nein, du Hurenso. Da kann sich nichts von mir rum. Nö. 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 Ja, renn mir halt... Oh. Nö. Nö, nicht getroffen. Nö. 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 Äh, oh, verdammt ist einer. Nö, das ist unser... Das ist... Oh, jetzt hab' ich unnötige Empfeilung. Gott, dann nicht. Übrigens, ich hab' Optifine Game. Woo! Und das back' grade. Nö, wieso? Sicher. Das ist nicht so dunkel. Ah, ja... Ja, wegen der Rüstung. Wegen der Rüstung. Wegen der Rüstung. Hm. Ich wollt' mir wirklich auch nur auf den Fank-Keyb-Kopf und hab's einen unabhängig aufs Team. Ah, fuck! Was mach' ich denn mal? Spät! Spät! Wie kann man denn die Leute hochheben? Keine Ahnung. Geht's... Aber was bringt das überhaupt nicht? Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ne, der auch mal. Ne, der auch mal. Ne, der auch mal. Ne, der auch mal. Das hat überhaupt nichts gebracht. Er schaut noch auf. Yes, du... Er schaut ihn auf. Ah, er ist schlecht. Er schaut ihn auf. Er schaut ihn auf. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich hab' jetzt nicht, aber wir haben gewonnen. Servo, wie willst du das? Also, 10 Sek. Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Ja, wir sehen uns gleich. So, willkommen zur zweiten Runde. Jetzt zockt DeltaWars LP. Jo, meine nubigen Kräfte. Mögen mir bald stehen. Okay, jetzt sind wir, glaub' ich, in die Indiana. Lass uns Cowboy und Indiana spielen! Ja, also... Es gibt gegen so'n Kinderlied dazu, oder? Cowboy, äh, alter. FF. Genau. Scheiße. Tome. Ach, das ist ja. Alter, der FF. Woh, getroffen, alter, nice! Alter, hier bin ich Kassi... Halt. Hallo, bin ich zu Kumpen zum... Sprinten, zu Sprinten, ich kenne mich nicht. du musst du anderen besser ja ich weiß aber ich wollte mal jetzt rechts aber nicht nur diese indien zum cowboy ja ihr müsst das voll war so ja komm her komm her ja trau dich Prozent Prozent auch hier Prozent die Möbel Schüsse Schüsse war den Dino Skin der Dinoski ja du kannst du nicht mehr können Kinosaur ich bin der Bulldozer ja komm her, komm her was machst du? der verpisst sich da hoch dieser Opfer ja und jetzt wird der andere dir den Killen wegnehmen ey, das war der von vorher aber ich hab's dir gesagt wir sind auf Speed na sobald sagen ich falsch hatschhbitch, motherfucker 51 50 stabile FPS Speed Wir sind auf Speed keine Kinder bitte nehmt euch kein Beispiel an Telltower's LP du Schwanzlua was für die Feste er hat sich selbst umgebraucht oh, Alter Alter, einmal nimmt mir mein eigenes Spiel in den Kiel weg und einmal nimmt mir der, äh, die Kielte, der jetzt, äh, kenn ich. Zwieg. Zwieg, mit der fucker. Kommt. Ja, gefistet. Naja, ist das so weit hier drin? Das habe ich mir auch abgedacht. Stirb, Mutter Pika. Stirb. Lol. Nein, die nehmen den Punkt ein, die nehmen den Punkt ein. Du musst sie töten von da. Du schwanzluch. Die nehmen den Punkt ein, die nehmen den Punkt ein. Du schwie. Lop. Ich habe gleich einen Punkt. Ah, nein, haben sie nicht. Wo? Wo, Alter, die falls noch hat. Okay, gut. Ah, der hinten. Helfen sind die nächsten Kandidaten. Die sind sie. Ja, dann haben sie keinen Schluss. Bullshit. Dir habe ich aber ganz schön geholfen. Da kommen schon wenigstens Emo. Irgendwie, mehr als die Hälfte aller, weiß nicht, Spieler haben irgendson Emo-Skin. Ja. Oh, scheiße. Meine, das war Kehrdien. Aufsterben. Nein, er wird auch Kehrdien werden. Oh, was macht der da oben? Erhungfeil, herumliegen. Nein, höher, höher. Ja, so. Ein bisschen, ein bisschen. Ja, fälzt mich. Nice. Er ist runtergefallen. Ja, du hast ihn runtergefetzt, du. Oh, ein Pro. Du wirst dich aufstiern. den kopf die jemand scheiße alter derzeit genau im kampf genau zwischen zwei um die nun sich zu erledigen und der Falle er kennt sich nicht aus er kennt sich nicht aus was wurde auf einmal nackt das hat so ausgeschaut er wird wahrscheinlich ist er wird vielleicht bei ihm so ein Pack dass er auf einmal ohne Rüstung was machst du Nubi 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 A haltet ihn nicht so so wirst du nicht flaxen wenn ich schnell war nur noch ein Schuss zu dürfen das ist eine Frau scheiße genau von hüften in den Arten in den WD-Untertitel jetzt wird so nicht wahr jetzt nehmen wir HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DINMATTA Gut NÖJETS Ca- ich das so schmuch Ja du hast dich getötet Der hat noch halk eingefiert oder? Nö Also Hulk 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 Was mache ich? Yolo Yolo ich habe Angst, Mutti, Mutti, ich hab's! Fick, zieht doch ins Knie, du Scho! Yes, Alter! Lauf, lauf, lauf! Ich werde dich jetzt zum Bogen gehen, fick! Scheiße, das ist halt nur... Ah, der hat aber Halk verwendet. Halk! Nein, der wird Fall auf dich geschossen. Also, wieso ist es mir so weit auch schon mehr aufgefallen? Tschüss! Tschüss! Jetzt! Scheiße, sind wir Cowboys? Nein. Wo bist du, du? Hurenkind! Ich werde dich fissen. Nämlich so, welche Wörter in der Mord. Da schauen Kinder unter 18. Oh, das war ganz killiger Schuss. Unsichtbar, unsichtbar! Scheiße, was warst du? Was? Wie konnte der mich sehen? Ah, solche, wenn du etwas in der Hand hattest. Nee, ich wette, ich hatte Pfeile in meinem Arsch stecken. Du meinst in meinen Arsch. Aber ich spiele gerade, also es ist mein Arsch. Ich werde jetzt ein Foto. Ich will den Arsch haben. Ja, Leute, ich bin so ein Nubi. Ja, komm her, komm her. Wurz mit Fluxen. Ich töte dir. Ich töte dir. Scheiße, ich wette, er. Ich bin tot. Obwohl dieser... Dieser... Ja, das hat... Alter. Yay! Hat das Kiddik begonnen. Oh, ich habe ihn erwischt. Oh, Scheiße. Ich habe ein Foto gemacht und das Mikro wackelt. Wie geil. Was geil. Ihr nehmt ein... Ohohohohohoho. Und sie versuchen den Punkt einzunehmen. Bekertet. Yes, weg ihr. Wie geht der Piep? Schatty. Ja, ich habe einen... Ja, du darfst nicht getötet werden. Alter, oh, die Feigen. Versteht meine Wörter. Versteht meine Wörter. Versteht meine Wörter. Oh, mir hat die Ski. Hallo, Gammel. Galt kam, der in den Tuten steht. Oh ja, sie kommen, die Ganschen. Halt geht die Snauzeh. Halt die Wand. Alter, die Tastatur. Ah, dieser Fixent führt mich. Nee, du musst dich. Feuer, machen wir Feuer. Was für ein Scheiß. Jetzt, komm. Wie geht man da runter? Wir sind. Du Schwuchtelmensch. Willst du mich flaxen, Alter, will mich flaxen? Ja, fick dich. Hä? Wir haben jetzt einen Punkt. Ja. Oder die Cowboys. Ich hab hier das Spiel nicht. Du, Wurenkind. Ja, es hat sich gefühlt. Ich hab hier das Spiel nicht. Das ist komplett unlogisch für mich das Spiel. Aber einmal habe ich, einmal habe ich Kompass und einmal... Was machst du? Und einmal habe ich so ein Feuerscheiß drin genommen. Nein! Ah, scheiße. Ach du, wo ist der? Der ist dort oben. Verfallen! Und der eine steht abgehauen. Das Spiel ist einfach ein bisschen. Das ist ein erwiderten Typen von Scarf. Ah, ich habe... Alter, ich habe ihn mit dem Boden gekillt. ja renn weg renn ruhig weg du feigling komm her komm her komm her zu mir komm her zu mir komm her zu mir komm her holt mach dich uns nicht was ja weil du ein schwert in der hand hast der hat dich gar nicht ja sie dort ist etwas anderes in der hand wenn man etwas in der hand hat dann ja ich weiß ich weiß aber ich hatte da und hier hatte ich an den kursor dem wahrscheinlich hatte ich wieder die lehle da auch so viele geräusche ja du gehst dazu zweit ja wie lange dauert denn die runde die ehemann wieder kiel geflagert da wird unser ding geführt die machen jetzt du musst den töten du musst den töten im speed kommen wenn du musst den anderen beschützen geschäftige dich wieso aber man könnte es den anderen retten sollen nicht gehen jetzt haben das war es auch mit dieser aufnahme ich hoffe es hat euch gefallen war jetzt nicht allzu lange aber doch ganz okay meine runde war um einiges kürzer und ja wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr es doch mit einem daumen hoch ähm sagen wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt dann könnt ihr ein abo geben könnt auch mal bei den anderen projekten vorbeischauen also zum beispiel assessor street dass er wird wo sollte auch dabei ja bei dem er zweiten part aber denn das spiel dort also ich habe noch nicht so viele parts hochgeladen insgesamt zwar was ihn doch schon etwas länger die jungen bei egal oder konnte es bleibt auch letztlich bis zum nächsten mal ein bisschen